So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Workers and Resources Neustart auf der Tiger Map mit allem drum und dran und mal schauen, wir müssen erstmal sehen, dass wir hier auch, vor allem wissen wir die Leute, wir bauen die Stadt hier oben hin. Wir haben beschlossen, eigentlich wollte ich hier unten was hinbauen, so für rübergehend, aber nein, wir machen das gleich, Nägel mit Köppen und so, kennt ihr das ja, ne? Dann bauen wir die Stadt hier oben hin. So, ist das am günstigsten, wenn wir den, wie gesagt, den Kreisverkehr müsste hier noch her, ne? Dann haben wir da auch die Möglichkeit, hier auf die andere Seite rüberzufahren. So, machen wir noch Kreisverkehr hier. So, warte mal auf, wie machen wir das am besten? Nimm, 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 nimm. Ähm. Das ist doof, warte mal, so ist verkehrt. Da muss ich hin, ne? So. Und einigermaßen großen, ne? So. Nehmen wir das kleine Stück wieder weg. So. Und dann klemmen wir das hier dran. So. Einigermaßen Kreisverkehr, immerhin. So. Den hier raus. Zap. Und den hier oben raus. Wie gesagt, wir haben ja erstmal nur Schlammstraßen, ist klar. Aber wir wollen jetzt ja später auch, ne? Dass wir ja andere Straßen bekommen. So, dann ziehen wir mal die andere Straße hier oben raus. Da können wir auch fraulich von mir aus einer Autobahn mäßig was hier hochziehen, ne? Das würde auch gehen. Ach, ne, warte mal. Geht schon. Geht schon so. Was war das denn? Hallo? Nein, was machst du denn da? Was machst du denn für ein Blödsinn? Nochmal. Da ran, ne? So. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte raus. Zoomen. So, hier hoch. Das reißen wir den Berg, wo das Teil. Dann gehen wir wunderschön hier so rein. Ne? So ein bisschen weit rein hier. Zack. Und dann machen wir hier nochmal einen Kreisverkehr. Äh. Warte mal. Gehen wir das so hin? Ja, ne? So. Der braucht nicht so riesig sein, ne? So ein kleiner reicht auch. So, zack. Die Straße wieder weg. Reißen die unten. So, verbinden einmal. Mehr ein Ei, ne? Na gut, immerhin. Besser ist gar nichts. So. Straße. Die reißen wir auch nochmal ein bisschen kurz. Machen wir ein bisschen kürzer hier. So, hier ran. Den haben wir auch mit dran. Dann können wir hier nämlich die Stadt erstmal bauen. Dafür haben wir sozusagen einzelne Stadtfersel. Ferro. Fädelchen. Keine ganzen, sondern Fädel. Ähm. So. Zack. Und da brauchen wir jetzt ein bisschen, ähm, versuchen wir jetzt mal ein wenig. Warte mal, können wir jetzt ein bisschen. Das wäre doch auch nicht schlecht, ne? Mal sehen, wie voll wir das kriegen. Kriegen wir da hier so Verbindungen ran? Ich glaub's nicht, das kriegen wir hinten. Cool. Äh, warte mal. Hier auch nochmal. So die schnellen Abbiege-Geschichten, ne? Gehen wir das hier auch hin? Das geht. Das geht bestimmt auch, ne? Komm her. Nee, das geht nicht. Schade. Die eine Seite geht nicht. Na gut. Weil das zu stramm war, ne? Zu scharf ist die Schafkurve. So, da geht's. Hier bestimmt nicht, ne? Doch, das geht auch. Großartig. So, dann haben wir hier die Stadt. Hier in der Mitte machen wir unsere wirtschaftlichen Gebäude, also die wichtigen Sachen, ne? Und auf der anderen Seite, was haben wir denn hier? Was machen wir? Wir brauchen Kindergarten natürlich. Was haben wir denn hier? 1220 Kinderschön. 180 Kinderschön. Ja, genau. Das ist ein Riesenapparat. Nee. Wir machen erstmal klein und fein, ne? Klein und fein und dezent. Unser Kindergarten. Warte mal, ich will das erstmal planen, bevor wir hier... Nein! Was machst du denn da? Da wollte ich drücken. Ach Gott. Leute. Reiß das nochmal ab hier. So. Hüpfst, das ist ja... Die Straße, die Fußbrüche auch. So. Mann. Kindergarten. Nochmal. Nochmal, nochmal, nochmal. So, Kindergarten hier hin. Kindergartenschule. Wo ist die Schule? Da ist die Schule. Wunderschön. Die ist ja doch... Doch, ne? Ja, also muss ich sagen. Gefällt mir doch schon. Hm. Hier, der hätte ich doch lieber... Was haben wir sonst hier noch? Das ist unsere... Das ist ja gar nichts. Ne, warte mal, hier muss ich gucken. So, warte mal, wo hast du hier hin? Oldschool. Da ist hier. Die mag ich am besten, am liebsten eigentlich. Am besten mag ich die. Am liebsten. Die brauchen wir ja auch hier. Dann können wir hier nämlich Straße rausziehen. Da haben wir Kindergarten, Schule. Da können auch von beiden Seiten das benutzt werden. Ne? Straße nochmal hier rausziehen. Gehen wir hier so einigermaßen eine hübsche Straße raus. Ich würde es am liebsten so ein bisschen rund machen, ne? So. So, ne? So ein bisschen. So. Da raus. Schule haben wir. Schule haben wir. Schule haben wir. Was ist da? Lebensmittelmärkte. So, wir brauchen was. Wir nehmen auch ein Einkaufszentrum, ne? Wenn schon, denn schon. Wenn schon, denn schon. Was ist ein kleines Geschäft? Ist das hier? Was große? 45 Leute, 405 Bürger. Ich meine, wir hoffen ja, dass die alle da hinlaufen können. Ne? Das wäre natürlich sehr cool. Das wäre hier natürlich auch optimal. Oder hier so ein bisschen hin, ne? So. Die laufen in alle Richtungen, ne? Die laufen in alle Richtungen. Dann könnte man die da hinbauen. Ach, wir müssen auch wieder an Müll denken, ne? Ach, du Himmel. Wir müssen an Müll denken. Shopping haben wir. So, Kneipe brauchen wir natürlich auch noch. Wollen wir mal, wo ist die kleine Kneipe? Da ist sie. Die kleine Kneipe. So. Die kleine Kneipe. Wäre natürlich auch ganz cool, wenn die hier mit hinkommen würde. Oder? Dann hätten wir die hier mit dran. Die kleine Kneipe. Da ist sie. Haben wir. Dann brauchen wir noch ein bisschen Kultur. Das machen wir aber gleich. Wir brauchen wieder diese Müllgeschichte, ne? Wir brauchen hier Container. Richtig? Richtig. So. Container. Müllplatz groß. Frage ist, wo laufen sie? Kriegen wir fast nicht. Warum nicht? Doch, kriegen wir alles zu fassen hier, ne? Wenn der hier reinkommt, kriegen wir alles zu fassen. Aber ich glaube, die haben... Die Schule hat nur ganz normal Standardmüll, ne? Also geht auch eine kleine? Kleine Müll... Oh ja, kleine geht auch. Eine kleine kriegen wir hereingeburschtelt. Warte mal. Geh nochmal ein bisschen so, ne? Ich hoffe, die haben normal Standard. Kann man das sehen? Ich gucke mal nach. Kann man das sehen? Ach, das kann man nicht sehen. Ich glaube aber, das war Standard, ne? Oder wir warten damit. Wir warten damit, bis sie gebaut sind. So, jetzt brauchen wir erstmal nochmal... Das Schlimme, was mir gerade einfällt. Wir brauchen auch das Abwasser, ne? Wo es irgendwie... Ach gut, das können wir hier runterschicken. Das würde gehen. Berg runter, das ist immer gut. Berg runter ist immer optimal. So, was noch auf? Das haben wir. Garderier der Kunst, das müssen wir noch warten mit. Ach, ein Hallenbad ist immer cool, ne? Hallenbad nutzen sie immer gerne. Ach, hier, Touristen. Guck mal da. Sporthalle. Hallenbad. Hm. Hallenbad wäre auch ganz cool. Frage ist nur, was wir da für Müll haben. Lassen wir hier ein Hallenbad hinbauen. So. Jetzt versuchen wir ja ein bisschen in ein Gebäude reinzufummeln. So, wir haben ja... Ich weiß nicht, womit wir anfangen sollen. Wir brauchen ja erstmal nicht so extrem große Sachen, ne? So ein Plattenbau wäre schon ganz nett, ne? 130, Leute. 104, 190, das ist doch schon was. Ne, dass wir hier so kleine Strichstraßen rausmachen. Die könnte man wunderbar hier einbauen. Was war das, das jetzt hier? Das sind alles Originale. Alles Originale, die mit Sternchen, das sind unsere. Die Mods, die wir mit drin haben, ne? Das sind die Standard. Sind wesentlich kleiner, ne? Das sind ein bisschen kürzere Dinger. 160. Und das sind die Originalen. Was haben wir denn hier? 77% Wohnqualität. Na ja, immerhin, ne? Ich meine, wir fangen jetzt nicht mit sowas an, ne? Das ist ein bisschen übertrieben groß. Wohnung Plattenbau. Plattenbau. Jawoll. Mit Ziegel. Ziegel, glaube ich, nehmen wir erstmal, ne? Wir nehmen erstmal Ziegelbau. Guck mal hier, das ist auch schön mit... Ach, hier, guck mal. Das ist gleich eine Straße mit dran. Den nutzen wir mal. Da kann man den wunderbar hier nutzen, irgendwie. Warte mal, wie passt das am besten? Wenn wir ein bisschen drehen, ne? So. So, ne? Ich glaube, so ist es, glaube ich, nicht schlecht. So, dahin einmal. Einmal. Nicht spielen kann er nicht. Warte mal, das will ich am liebsten drehen einmal, ne? So rum. Das ist doch wieder dieses Feingedrehen, ne? Das ist ein bisschen problematisch. So, pass mal ein bisschen weiter raus. Ein bisschen mehr Platz lassen, ne? So. Zwei. Jetzt kommt hier noch eine mehr hin. Ne? Die können sich guten Tag sagen. Bisschen dichter dran. Das passt schon. Vielleicht kriegen wir auch einen Fußweg dazwischen. Eventuell eine Straße. Wenn es sein muss. Ne? Und hier drüben nochmal das gleiche Spiel. So. Bisschen, ne? So ein bisschen hingedrehen. Passt schon. Bisschen mehr Platz lassen. So, ne? Dann haben wir schon mal vier Gebäude. Das ist schon mal ein Schwung. So, pass mal auf. Da muss man irgendwie Straßen rausfummeln hier. Äh, ich weiß nicht. Wir machen die mal ein bisschen länger, ne? Das schalt ja nicht. So. Hier genauso. Ne? Machen wir ein bisschen länger hier raus. So, den auch noch. Zack. Haben wir den auch. So. Was fehlt uns noch? Feuerwehr, ne? Feuerwehr. Was haben wir hier? Notfall. So. Wir brauchen ein Krankenhaus. Eine kleine Klinik. Was haben wir hier? 15. Na gut. Wir haben aber eigentlich nicht so viele, ne? Wir haben das. Was Kleines reicht auch. Die ist auch süß, ne? Aber ich meine, überleg mal. Wenn da 100 Leute drin sind. Die sind ja wirklich, ne? Das sind ja so 6-Bett-Zimmer. Mögen wir irgendwie auch nicht, glaube ich. Ne, das, ich glaube nicht. Genau, Sam. Da muss auch noch rein. Freizeitaktivitäten, Sportplätze und so weiter. Da muss auch noch rein. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Kommt alles noch. Kommt alles noch. Überhaupt kein Problem. Kriegen wir alles rein. Eine kleine Klinik haben wir hier. Eine kleine Klinik. Die brauchen wir mal hier hin. Wir lassen mal ein bisschen mehr. Wir lassen mal ein bisschen Luft. Ne? Weil Fußwege sind ja vorhanden. Die laufen ja. Das ist ja nicht das. Und dann brauchen wir die Feuerwehr. Was haben wir hier? Eine kleine Feuerwache ist auch da. Finde ich cool. Warte mal. Feuerwache? Was ist denn da anders? Das ist eine Originale. Das ist auch eine Originale, ne? 30. 50. Ich glaube nicht hier. 30. Die ist doch süß. Die ist doch niedlich. Ach, ist die schön. Die nehmen wir. Die kleine Feuerwache. Ach, wie niedlich. Schön. Ein bisschen mehr Platz lassen. Ich habe das mit meinem Platz. Das klappt immer nicht so, wie ich mir das vorstelle. Aber nur gut. Manchmal, ne? Manchmal muss man halt, ne? Mach mal auf. Ich darf das ein bisschen anders hin. Irgendwie nicht, ne? So. Jetzt hier rein. Okay. Na gut. Naja. So. Haben wir auch. Freizeitaktivitäten. Fehlen uns auch noch. Müssen wir auch noch bauen. Haben wir jetzt alles drin? Haben wir jetzt alles hier drin? Ich glaube ja, ne? Ach ne. Wir haben das Wichtigste vergessen. Aber ich meine, das ist ja immer irgendwas. Wie weit laufen wir denn hier? Können wir das sehen? 220. Bis da oben hin. Alter, Freund. Ist das cool. Ist das cool. Uns fehlt das Wichtigste, glaube ich. Und zwar, wir brauchen ne Bushaltestelle. Jawohl. Wir brauchen ne Bushaltestelle. Wussten die jetzt hier? Für Bürger. Ne Bushaltestelle. 200 Leute. Was haben wir da sonst noch? Mehr nicht. Bushaltestelle kostenlos. Die ist doch schön. Die nehmen wir. Noch mehr Fußwege und Stromverteiler. Ich weiß, Strom muss auch noch haben. Wasser muss auch noch rein. Ich weiß, das ganze Kram muss noch alles hin. Das muss alles noch rangebaut werden. Wir bauen das auch so, dass wir keine Arbeiter hier reinkriegen. Dann, weil die müssen wir eh kaufen. So oder so. Haben wir nicht mehr. Das haben wir nicht was Besseres. Das hier hat etwa eine. Hier. Die ist schön. Ja, genau. Die nehmen wir. Die will ich gern haben. Die nehmen wir. Die bauen wir hier oben hin. Ne, wir kommen überall hin, ne? Oder? Wieso will er da unten nicht hin? Ach, nicht klar. Weil das, weil das, ja, Lehmstraßen sind. Deswegen. Ja, ja, klar. Die Lehmstraße ist logisch. Pass auf, den bauen wir hier nämlich hin. Oder bauen wir den andersrum? Hier so rein? Hm. Ne, komm hier. Wir drehen den so rum. So. Haben wir hier einen. Und ich denke mal, auf der anderen Seite werden wir auch so einen bauen. Zack, da ist er. Dann haben wir das auch mit drin. So, Müll haben wir noch gar nicht. Da müssen wir auch noch sehen. Müll, den muss ja auch noch irgendwie weg. Und vor allem, den werden wir wegfahren. Der wird hier nicht bleiben. Der wird hier runtergefahren. Der kommt hier unten irgendwo hin. Hier werden wir irgendwo in der Müllverteilung, bla, irgendwas machen. Keine Ahnung. Ähm, und das Gute ist ja, wenn wir das ja am Start schon gleich machen, dann brauchen wir nicht mit Mörder-LKWs, dann brauchen wir nicht mit Riesen-LKWs, klar, aber dann brauchen wir nicht mit Zügen hantieren und sowas. Sondern haben wir das nur, ja, halt eben, ne? So, hier können wir noch einen zweiten machen. Ne, passt doch nicht mal. Ähm. Haben wir hier so rum gebaut, ja, ne? Ich glaube ja, ne? Die bauen wir mal da hinten, so. Dann haben wir zwei Stück. Mal gucken, wie sich das verhält. So, was fehlt uns noch? Was war noch, was war noch, was war noch? Ähm. Technische Dienstleiste, wir brauchen noch Wasser. Wir brauchen noch, ach du Himmel, ja. Wir brauchen ganz viel. Bis das hier endlich mal läuft, ne? Da wird noch ein paar Folgen vergehen, Freunde. Das tut mir echt leid, aber ist so. Ähm. Warte mal, dann sind wir einmal da runter, dann müssen wir einmal hier, warte mal, wenn ich schon mal dabei bin, dann ziehe ich hier gleich eine Straße rüber. Hier gleich eine Straße rüber. Wop, da hin. So. Ja. Ne? So ein bisschen, sieht fast aus wie so ein, weiß ich nicht, so ein Kornkreiszeichen, ne? Wie so ein Kornkreis. Ja, sind wieder Kreise im Korn. Oh Gott. Nein. Ne, das darf nicht wahr sein. So, was fehlt uns noch? Wir wollten noch mal kurz, Sekunde, hier. Alkohol haben, Kultur. Lassen wir mal Kultur gucken. Kleines Theater kriegen wir hier rein. Kleines, wunderschönes Theater kriegen wir hier hin. So. Und was wir noch gar nicht haben, was mir gerade einfällt, ist ja, wir haben kein Bauamt. Wir haben noch gar kein Bauamt, Freunde. Das ist ja auch noch so eine Katastrophe. Wir müssen das ja auch noch haben. Wir müssen den Mist ja auch noch irgendwie reinfummeln. Die Bauamt-Geschichte und das Ganze. Das Ganze. Aber ich meine, eins reicht ja sowieso nicht. Das ist ja klar. So, das haben wir. Den Müll. Das ist eine ganz normale Stadt. Wir müssen die erst bauen. Wir müssen die erst mal bauen, bevor wir hier sehen können, was wir machen. Hier, was mal auf. Bürger zunehmen, die nehmen wir raus. Die kaufen wir uns selber ein. Gell? Dann nehmen wir die Bürger jetzt mal raus hier. So. Die kaufen wir uns selber ein. Oder hoffen, dass sie von alleine kommen. Aber ich glaube, die werden von alleine nicht kommen, weil wir haben ja nichts, ne? Ist ja alles noch ein bisschen so auf Halde. Schneehals, hallo und herzlich willkommen. Moin, moin. Schön, dass du reichst. Morgenprogramm durch Zuber, gell? Genau. So, ein bisschen Werbung in einer Sache, ne? Ähm. So, das oben, das kann, von mir aus kann das gebaut werden, dass wir das fertig kriegen. Ähm, die Feuerwehr, weiß ich nicht, die fährt gar nicht so weit. Wir brauchen hier unten auch noch eine Feuerwehr. Das nützt alles nichts, aber wir brauchen sowieso Leute hier runter. Damit wir hier da dran kriegen, nö? Und, ähm, vernünftige Straßen brauchen wir. Wir brauchen noch mehr. Erstmal hier, pass mal auf. Das haben wir fertig. Die Stadt ist sozusagen startklar, ne? Da fehlt nur noch eben Wasser, Abwasser. Das müssen wir gleich noch machen. Wasser, Abwasser. So, pass mal auf, wir brauchen eine Pumpestation, ne? Weißt du, auf einmal hier, Wasserpumpe. Und eine große. Da brauchen wir sieben Leute rein. Macht aber nichts. Hier ist nämlich alles... Komisch, ne? Da sind schon Gebäude 89%. Na gut. Wie weit können sie denn laufen? Das wäre mal interessant zu sehen. Warte mal, verlängern wir das mal hier oben. Wir verlängern die ein bisschen hier. So. Machen wir mal mehr Wasser hier oben hin. Water. Äh, wo ist denn das hier? Da. Was haben wir hier denn? Oberflächen... Wasserabfluss. Ja, ist doof geschrieben, ne? Eigentlich verkehrt rum. So. Ach, wie weit sind sie denn... Ich habe gelaufen, das passt schon, ne? Das kriegen wir schon irgendwie hin. So, hier oben die Wasserpumpe hin. Die Wasserpumpe, 94%. Ist doch gar nicht mehr schlecht. Wir können die auch noch weiter nach oben schieben. Das ist auch kein Problem. Ähm. Ne, hier schon schön, ne? So. Die Wasserpumpe da hin. Und dann brauchen wir natürlich noch die... Wasserabreinungsanlage. Die große natürlich, wenn schon, denn schon, ne? Dann wollen wir gleich nicht klotzen, sondern gleich. Nicht kleckern, gleich klotzen. So was. Ausgänge, Eingänge. Da hinten. Kriegen wir auch da hin. Wir brauchen bloß eine Pumpe dafür. Warte mal, kriegen wir das noch anders hin? Wenn wir hier die... Äh. Das ist auch doof, ne? Wo sind denn die... Warte mal, Fußweg. Wo waren die denn? Da hinten ist auch ein Fußweg. Großartig. So. Wenn wir das Ganze ein bisschen kompakter bauen, hier oben hinten, ne? Würde ich sagen. So, zack. Das haben wir. Fußweg muss da nochmal irgendwie hin. Warte mal, Fußweg haben wir hier. Erstmal, wir... Erstmal... Oh Gott, was ruckelt denn das so? Ich weiß nicht, irgendwas ist mit der Map auch nicht in Ordnung. Ich weiß nicht, was da los ist. Die fühlt sich so ein bisschen komisch an. So. Straße nochmal. Die werden wir sowieso aufrüsten, ne? Äh, ändern. Ziehen wir mal hier hoch. Ich weiß ja nicht, was da noch alles kommt. Haben wir das auch mit dran? Dann haben wir die Wasseraufbereitung da. Wunderbar. Warte, warte, warte. Wasser, Wasser, Wasser. Abwasser muss ja auch noch irgendwo hin. Aber erst mal Wasser. Wasser, so. Wasseranschlussstation. Ganz große Sache. Ähm, ich glaube, reicht sogar einer, ne? Für das hier. Hier ist ja oben nichts, ne? Brauchen wir oben noch Wasser? Gut, die kriegen selber hier Wasser, ne? Brauchen wir, glaube ich, nicht große Drehungen drüber. Das klappt schon. So, Wasser hier ziemlich an der Kante ran. So. Schneereiz, was für eine Karte ich spiele? Die, das ist die, äh, Tundra. Nein, Tiger heißt die, Digga. Tiger, Tiger. Die Tiger Spezial Edition. Mit wenig, äh, Ressourcen. Ne? Bisschen Herausforderung. Tauber sein, ne? So, großen Wasserturm brauchen wir auch. Ist immer nett, sowas zu haben, ne? So. So, passt da hier in der Mitte rein? Passt nicht. Hier passt da rein. Gut, dann nehmen wir den hier. Ähm, wir können noch ein bisschen weiter hier vorne hier stehen. Den können wir nicht. Können wir wohl. Ne, ich brauche da einen Fußweg ran. Wegen Waldoptik. So. Das haben wir jetzt brauchen wir eine Pumpe, ne? Und zwar was ordentliches. Hochleistungsdruckpumpe. Jetzt ist das jetzt vielfältig verkehrt gebaut. Aber gut, na gut. Ne, eh schon gut so. So, die Pumpe bauen wir auch irgendwo her. Damit das ein bisschen dicht auf dem Haufen liegt. Ne, aber wenn wir hier noch irgendwas bauen wollen. Gell? Der macht keinen Anschlüsse, macht er sowieso nicht. Wir brauchen noch Wasser. Warte mal andersrum. So rum, ne? Fußweg. Finusweg. Geht nicht. Müssen wir hier unten irgendwo hinfummeln. Da hin. Zack, eine Pumpe. Jetzt brauchen wir natürlich noch eine Pumpe, die da oben reingeht. Aber ich glaube, eine kleine Pumpe reicht auch, ne? Was haben wir hier denn? 600 Watt. Ich meine, das ist natürlich ein ordentlicher Dimmel, ne? Der nutzen wir die hier. Komm. Wir nehmen gleich die große. Wenn schon, denn schon. Können wir die so rum bauen? Gehen wir mal so rum, ne? So, da passt es wunderbar hin. Genau. Ich weiß nicht, ob das mit den Rohren hinhaut. Das müssen wir gleich mal gucken. So. Haben wir. Das Rohrschchen. Natürlich was dickes. Wir brauchen auch... Ach Gott. Wir sind dicht dran, ne? So. Einmal hier. Zack. Haut hin. Warte mal. Wir brauchen einen Untergrund, ne? So. Das hier. Dann haben wir das zweite Rohr noch. Gehen wir auch da ran. Dann haben wir die beiden. Einmal da hin. Einmal da hin. So. Dann haben wir einmal hier oben die Rohr, die da rauskommen. Die müssen einmal hier rein. Zack. Und dann haben wir das zweite auch. Ey, das wäre cool, wenn du hier einmal nebenbaust. Das wäre echt super. Jawohl. So. Und dann mal daneben, ne? So. Passt schon. So. Einmal hier. Wir nutzen jetzt nur ein. Das reicht ja auch schon. Und einmal von mir aus ein großes Rohr dahin. So. Haben wir. Dann haben wir Wasser schon mal geledigt. Bis dahin. Ich glaube, die brauchen hier unten auch noch Wasser, ne? Ich glaube, da kommen wir nicht drum rum, ne? Und wie ist das hier oben auch? Wasser? Wasser, 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 Wasser. Natürlich brauchen sie Wasser. Das müssen wir hier auch noch hinpumpen. Und da unten auch noch. Äh. Ja gut, da können wir fast so eine Verbindung bauen hier mittendrin, ne? Ach nee, das geht nicht. Ach, hier unten passiert ja auch noch irgendwas. Aber hier oben muss auch noch eine Pumpe hin. Ähm. Ich sehe gar nichts. So, warte mal. Da ist der Anschluss. Wo ist denn der Fußweg? Der ist da, ne? Da ist der Fußweg. Wupp. So rum. So. Mach das mal hin da. Ja, genau. Ungefähr so. So ist schon schön. Ich hoffe, ich kriege das Rohr da noch hingebaut. Keine Ahnung, wo es klappt. Ich weiß es nicht. Äh. Mittleres, ne? Mittleres Rohr reicht auch. Gehen wir das hier runter? Ich frage jetzt, wie weit das geht, ne? Oh. Alter, Freund. Ist das weiter wie ich? Ja, andere Infrastruktur ist ein wenig. Wir müssen ja weit, ne? Wir müssen ja echt weit. Das kann doch gut sein, dass wir zwischendurch nochmal eine Pumpe bauen müssen. Ähm. Wäre natürlich günstiger, wenn das hier eine Straße irgendwo anlang geht, ne? Dann wissen wir, wo es ist, das Rohr. Der drüber. So, bauen wir das Rohr da hin. Erstmal gucken, was haben wir hier noch. Wir haben noch einen bestimmten Verteiler, ne? Wasser. Leitungsverteiler. Den brauchen wir hier nochmal her. Wo ist denn hier die, der Fußlicht? Da ist ein Fußlicht. Ah, guck mal. Der will jetzt nicht ran bauen. Warum nicht? Ähm. Na gut. Dann bauen wir es eben so. Die Wasserleitung mit so ein bisschen bei der Straße hin, ne? Das ist ja nicht verkehrt. Dann wissen wir auch, wo die ist, ne? Genau. Ähm. Da müsst ihr durch eine Pumpe zwischen, oder? Wasserverteiler. Da müsst ihr eine Pumpe hinter. Ich glaube, eine Pumpe ist schon gar nicht schlecht. Eine kleine Pumpe wäre schon ganz gut. Hier. Ne, warte mal. Mit einem Wasserverteiler brauchen wir da gar nicht. Ist doch Blödsinn. Da kommt eine dicke Pumpe hin und gut ist. Dann ist der, ne? Drops gelutscht, sozusagen. Das Ding kann weg da. Brauchen wir nicht. Vollkommen für den Eimer. So, hier. Pumpe. Eine Mörderpumpe kommt hier ran. Jawohl, ja. So. So ein Lümmel. So, das Ding da. So, mittlere Leitung. Von da nach da. Bisschen, ne? Bisschen hakelig. Und wir waren einmal hier runter. Und einmal. Ich glaube, wir brauchen eine Pumpe noch mehr, ne? Eine große Pumpe hier unten hin. Wäre schon ganz cool. Ich würde sagen, ne? So, waren wir so rum. Dass wir hier nochmal eine Pumpe hin haben. So, zack. Da haben wir eine Pumpe. Ein dickes Rohr. So, hier mal raus. Und mal hier runter. So. Mal da ran. Haben wir das auch. Genau. Und einmal ein dickes Rohr hier raus. Ich weiß nicht, wie, ich weiß jetzt echt nicht, wie lang, wie lang das geht. Ob das bis da oben hin reicht. So, wir nutzen das bis, ja, ich weiß, wie es geht. Das reicht nicht. Wir brauchen garantiert noch eine Pumpe dazwischen. Wir setzen doch hier noch eine Pumpe hin. Ist ja kein Problem. Ne? Ist ja kein Thema. So, hier noch eine Pumpe hin. Zack. Röhrchen. Da ran. Und einmal hier oben. Da ziehen wir mal hier weg. Das ziehen wir mal direkt hier runter, ne? So. Dann haben wir das auch. Und wieder nur geplant, ne? So, jetzt haben wir Wasser schon mal drin. Abwasser wählen uns jetzt noch. Bisschen Abwasser. Abwasseranschluss. Hier oben brauchen wir noch Abwasseranschluss. Klar. Da werden wir, glaube ich, zwei Rohre bauen, ne? Da werden wir, glaube ich, zwei Rohre bauen, ne? Dass wir auf beiden Seiten hier runterfahren können. Dann müssen wir hier drüben auf der anderen Seite noch durch. So. So. Erstmal Wasser. Ab, wie, aber kurz Abwasser ist es doch. Wo ist denn das Rohr? Da ist das Rohr. Okay. Das wird noch lustig. So, da einmal hin. Wie weit haben wir es bis dahin, ne? So. Dann gehen wir hier drüben hin. Bauen wir es hier nochmal ran. Dann haben wir hier nochmal einen Anschluss. Äh, Fußwege müssen wir da mal gucken. So. Ne? Dann haben wir das schon mal zusammen. Ähm. Brauchen wir denn eine Pumpe zwischen? Ich weiß das jetzt gar nicht. Aber wenn wir hier weiter runtergehen, brauchen wir auf jeden Fall eine Pumpe, ne? Vor allem wir müssen ja... Ich zoome mal weiter raus. Ich zoome mal raus. Ich mach das mal kurz wieder hell. Ähm. Das wollte ich jetzt gar nicht. So. Wir müssen ja von da bis ganz da unten hin. Das ist ja ein ganzes Stück. Ja, oder? Klärwächter zwischen. Aber dann hast du trotzdem noch Abwasser. So oder so. Das muss ja weg, ne? Also die Abwassergeschichte, günstigste, weil ja immer noch hier oben ist ja nichts, ne? Da ist kein Fluss, kein See, kein gar nichts. So, wir müssen hier runter. Wir müssen hier ganz hier unten hin. Und da irgendwo das Abwasserdingens reinbauen. So. Kriegen wir das irgendwo hin? Ja gut, das passt hier. Wunderbar. Bisch da runter. Braucht das Ding Müll? Ne. Hat nur Abwasser. Kein Müll. Gut. Das ist schon mal, ne? Ist schon mal beruhigend. Abwasserrohr. Wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie weit wir das ziehen können. Ohne. Das geht nicht. Siehst du, das hatte ich doch. Habe ich fast schon wieder da. Fast schon wieder da. Was machst du jetzt denn? Hallo? Ähm. Wir müssen das echt bis da oben hinkriegen, irgendwie, ne? Das Rohr muss irgendwie da hin. Wir fangen von einer Seite an. Wir müssen von einer Seite anfangen. Ich glaube, das hier oben, das läuft, ne? Das läuft von alleine, das läuft nicht. Das ist gerade. Das ist gerade. Müssen wir da tatsächlich eine Pumpe zwischen haben? Ne Abwasserpumpe. Wir müssen mal gucken, was klappt. So. Abwasserzusammenfluss. Ist hier auch. Den nutzen wir mal hier. Und zwar. So rum, ne? So muss er. Da kommt man hier unten hin. Und dann bauen wir hier mal eine Pumpe ran. So hier am Kreisverkehr irgendwo eine Pumpe ran. Das wäre schon ganz gut, ne? Eine Abwasserpumpe. So rum. Mal mal so rum, ne? Zack. Eine Abwasserpumpe. Da haben wir sie. Großes Röhrchen. Und zwar. Ich meine, hier reicht doch ein kleines, ne? Ja, nee, warte mal. Wir bauen ja auch noch irgendwann mehr. Ich habe keine Ahnung, was geht. Das Gebäude ist wirklich. Warte mal, wir müssen mal hier, äh, kommen wir hier um die Ecke rum. Geht das? Da hin? Und dann von da an. Warte mal, ist es verkehrt. Da? Hierher? Jupp, das geht. So. Das hier rein. Bupp. Und dann einmal von da in die Pumpe. Ich weiß nicht, ob das klappt. Keine Ahnung, ob das nachher funktioniert. Dann müssen wir einmal hier ganz her. Weil die Pumpe pumpt ja nur. Ob das reicht? Das ist die große Frage. Abwasserleitung. So, von. Oh ja. So. Da. Warte mal, bist du richtig oder bist du nicht richtig? Doch, da, ne? Genau. Aber da raus hier. So. Kann sein, dass wir hier mit, mit, ich weiß nicht, also sieben Meter haben wir hier. Kommen wir hier runter? Ey, das macht das sogar mit, ne? Okay, aber das ist natürlich irre weit, ne? Irre lang runter. Weil es ist ja noch die Preisfrage, ne? Preisfrage. So, wollen wir hier hin und dann hier runter? Weil man, ne, was hast du dir nicht geschafft, ne? So, jetzt aber. So, jetzt aber. Kommen wir da hin? Wie weit kommen wir? Da ist es schon mal nichts drin. Das wird noch gehen. Sieben Meter. Sind wir hier richtig? Wir gucken mal, wie gerade, wie später es ist. Ähm. Wir sehen sie gar nicht. Natürlich sehen wir sie nicht. Logisch. Ist ja unter Wasser. Äh. Unter, unter, Untergrund, sozusagen. Ja, wir sind gar nicht mal so doof. Gar nicht mal so schlecht. So, ähm. Er fordert ein, ja, wir sind bei. Wir sind bei und machen hier einigermaßen Gefälle. Wir müssen wohin? Äh, wo war es jetzt hier? Da. Da müssen wir hin. Und hier ran, ne? Bapp. Was kostet uns der Spaß denn? Das kostet uns 300 und, äh, ja, genau, ne? Bisschen Kleingeld. Wie gesagt, ist nur eine Pumpe jetzt hier drin. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ob das Gefälle hier auch reicht, dass das alles runterläuft. Von alleine. Oder wir müssen hier noch eine Pumpe irgendwo reinbauen. Kann auch sein. Jetzt haben wir Wasserabwasser. Ist das schon mal großartig. Das haben wir schon mal die halbe Miete. So, Heizung haben wir noch gar nicht. Müssen wir auch noch haben. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich sag mal, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen. Und, äh, wenn es gefallen hat, schaut in der nächsten Folge wieder rein. Wenn wir unsere Stadt weiterbauen. Die hat noch keinen Namen. Die muss noch einen Namen haben. Müssen wir mal schauen, wie heißen wird. Genau. Mal sehen, wann wir hier das sozusagen in Schwung kriegen. So, wie gesagt, bis zum nächsten Mal.